hallo und herzlich willkommen zu einem neuen ausgepackt hier aus dem hause modellbau könig und ja hier habe ich mal wieder wie ich finde was ganz feines einem ein kleines dioram set aus dem hause icm und ich möchte mich erst mal bedanken wir haben das set direkt von icm erhalten also richtig cool dass wir da ja anschauungsmaterial für euch haben um euch da ein bisschen den mundwässig machen zu können ich komme mal zu den eckdaten icm 35 114 im maßstab 1 zu 35 den krankenpanzerkampfwagen sonderkraft z 251 schräg strich 8 in der ausführung a den haben wir schon vorgestellt plus die crew die ist neu die könnt ihr hier im unteren bereich sehen wir haben für das fahrzeug sechs spritzlinge wir haben vinyl reifen und eine vinylkette wir haben glasig teile ja zwei deckel und bemahl vorschlage sind enthalten dann sind für die figuren insgesamt drei spritzlinge wobei der eine so klein ist ich würde den fast auf zwei spritzlinge würde ich das reduzieren aber der vollständigkeit halber möchte ich natürlich hinzufügen wir haben für die halbkette 98 baustufen das hört sich jetzt viel an ist aber gar nicht so viel und das ganze kommt zu einem attraktiven preis von 41 euro und 50 cent stand 6 2024 so ich würde sagen wir gucken uns erst mal wie immer die anleitung an die auch wie immer in einem sehr schön großformatigen bereich daher kommen ich würde sagen ich blätter mal ein bisschen flugs da durch wie gesagt den bausatz haben wir schon vorgestellt hier ist die afrika variante zu sehen die wie man hier sehr schön sehen kann mit dem deckelbild abweicht also da ist noch mal ein neues kunstwerk entstanden was in russland spielt und das ganze hier noch mal in szene setzt und die figuren sind tatsächlich wie man die hier schön erkennen kann sind die tatsächlich so enthalten das set gibt es halt auch separat mit dem krankenpanzerwagen ist das natürlich wirklich eine tolle kombo und man spart auch echt noch ein bisschen geld dabei so aber zurück zu dem bausatz haben wir in ukrainischer schrift haben wir ein bisschen was zur geschichte hier das ganze in englisch dann sind hier die farben von a bis q angegeben leider nur mit den farben von icm auf der seite von icm selber sind aber da ist auch noch mal ein link zum youtube-kanal bei denen sind aber die umrechnungsfarben enthalten also zumindest das ist nämlich ein bisschen ja von nachteil weil die farben hat so gut wie keiner das ja auch noch mal wieder neues farbsystem das sind natürlich alles so eine sachen so relativ gut aufgebaut wie ich finde ein logisches konzept damit die teilübersicht die anleitung von icm sollte wirklich soweit im klar sein hier sind dann die vinyl ketten auf der anderen seite waren die reifen so und diese unterwanne die setzt sich aus diesen beiden teilen fort und da kann man eigentlich gar nicht viel verkehrt machen weil das hier schon mal schön vorgegeben ist und wenn ihr jetzt diese unterwanne hier habt und ihr setzt denn das oberteil drauf dann ist es halb schon fertig also das ist schon wirklich ja ganz geschickt gemacht und lässt natürlich die ausführung a ist von icm naja ich möchte nicht sagen ausgelutscht worden aber die vorhandenen form werden für die vorhandenen modelle die es da gab oder ausführung schon sehr gut genutzt ich meine klar so eine form kostet irrsinnig viel geld und da machte sich das natürlich nützlich und es ist das muss man auch noch mal sagen diese ausführung a beziehungsweise diese ausführung acht die gab es bisher nur von der firma mr modellbau für eine ausführung c oder d als umbausatz und daher ist es schon hat das schon seine legimentation dass man hier dieses modell dann auf jeden fall dann auch hergestellt hat sind auch schon andere modelle rausgekommen ich bin gespannt was da noch kommt die form ist ja da und gerade wenn man das in zusammenhang macht mit der figuren die man ja auch aus dem eigenen hause entwickelt ist das wirklich eine nette tolle kombo und gerade die ausführung a von der ja mit am wenigsten gelaufen ist die macht natürlich ordentlich was her da sind ja hier noch die sicht luken dann haben wir hier noch mal andere sachen wir haben hier die wartungsklappen die da bei der ausführung b noch sind die sind dann ja bei der ausführung c entfallen einfach aus fertigungstechnischen gründen um das ganze ein bisschen zu vereinfachen und gipfelten dann in der ausführung d die dann ja ich sag mal am einfachsten oder am schnellsten dann dementsprechend hergestellt worden sind und wo dann auch die meisten exemplare dann hergestellt worden sind so von den detaillierungen ist das ganz großes kino so ein ganz ganz bisschen schwächelt das noch mit anderen herstellern wir haben zum beispiel auf den reifen das sind vinyl reifen die sind so naja möchte ich mal so sagen wir gucken uns das aber auch noch an wir haben auf den flanken keine hersteller angaben wir haben jetzt hier auch nicht da steht jetzt nicht vorweg drauf wie zum beispiel bei dragon oder ja sowas halt aber die können halt wirklich mit anderen sachen aufwarten so und alleine wie gesagt dieser krankenwagen aufbau der ist schon mal richtig was macht richtig was her so dann ganz groß zu sehen haben wir hier diese großen rot kreuz naschiebebilder die dann auch im bausatz enthalten sind hier für nordafrika wobei die ich sag mal so wertvollen fahrzeuge schon ja da wird natürlich geguckt dann haben wir hier das ganze in einem panzer grauton so und da steht einfach nur ja für die ostfront 1941 bis 1942 wir haben aber keine einheiten ort date oder so angegeben man könnte jetzt beigehen wer macht her ist hier und anhand des nummern preises könnte man das bestimmen welcher wehrkreis das ist das wäre zum beispiel möglich dann könnte man noch so ungefähr gucken welche panzer division dazugehören und dementsprechend das ein ja kalkulieren und hier ist noch mal ein taktisches zeichen da drauf aber das ist dann auch alles was wir vom hersteller an daten mitbekommen sowie die figuren die ja als einzelne set auch erhältlich sind da haben wir hier die übersicht hier sind dann die spritzlinge das ist spritzling eins das ist spritzling zwei und das hier ist spritzling nummer drei deswegen habe ich gesagt das geht fast ein bisschen unter dann haben wir von a bis er hier die farben auch wieder von dem gleichen hersteller von dem eigenen farbsystem hier sind die bauteile das sind die in schwarz gehalten und das sind dann die dementsprechenden farben so sieht das ganze aus und so wird das auch geliefert und die haben eine überraschend gute qualität aber wir kommen jetzt erst mal zum eigentlichen bausatz der ist wie immer bei ecm mit diesem komm mal raus so nimmeln ja ich liebe diese kartons mit diesem wunderbaren schnitt karton hier versehen und hier kommt dann dieser klatten deckel karton und so also der bausatz karton ist voll das sieht schon mal ganz gut aus wir fangen mal mit den figuren an die liegen nämlich oben drüber und dann fange ich hier mal mit diesem schönen kleinen spritzling an der uns hier beglückt mit mg munition geburteter munition und die wird ja nicht schlecht das ist ja das schöne an kunststoff das wird nicht gammelig wenn man es nicht gerade in die sonne legt das wird dementsprechend auch weitere verwendung finden dann bekommen wir für die soldaten bekommen wir hier noch ausrüstungsgegenstände und da hat die cm wirklich gut nachgebessert ich erinnere mich an die bausätze die früher raus gekommen sind und da ist wirklich wirklich passt was passiert man achte mal hier auf die im slide modell gestellten bauteile da sind nämlich so wunderschöne details wie hier die seitlichen laschen von den maschinengewehr kistchen aber auch hier vom mg was hier dargestellt ist ein ganz bisschen fischhaut und der clue ist hier sind die seitenteile die werden dann hier angebaut ich gehe mal ganz nah ran dass man das sehen kann drehe das ganze mal um und so bekommt man richtig schönes detailliertes magazin und auch ihr habt die löcher hier bemerkt da sind die griffe man hat nämlich die wahl da sind die man hat die wahl das ganze halt aufgerichtet darzustellen oder dementsprechend ja ich sag mal abgelegt auch hier die taschen für die mp40 hier schön zu sehen das ist kein gussfehler das ist echt oder absichtlich so gemacht dass die dementsprechend hier an der seite auch so wie die tatsächlich gefallen sind die haben sich ein bisschen dem körper angepasst der stoff war ja nicht starr sondern flexibel so und gleich dass das bei der figur dann dementsprechend nicht mal so aussieht das fände ich immer ein bisschen schade bei dragon die machen auch immer so schöne figuren und schönes zubehör aber das sieht ja manchmal so ein bisschen super starr aus und dementsprechend hat das hier der hersteller definitiv besser gemacht dieser spritzling w1 der kommt eigentlich bei fast allen ich im bausätzen vor wo figuren enthalten sind und enthält wie man schön sehen kann hier rudimentäres zeug wie waffenanlagen munitionszubehör labeflaschen naja was alles so der lanza in dem zeitraum halt getragen hat die eigentlichen figuren persönlich mein highlight wie ich finde die finden wir hier an diesem spritzling da ist alles vorhanden und da sind jetzt hier man guckt sich mal das marschgepäck an da auch wo der affe dann drauf ja angebracht worden ist dieses koppeltrage gestellt das kann man sehr schön sehen da ist auch noch die der brotbeutel die details wie die arme also es spielt ein bisschen zu wärmerer zeit beziehungsweise ist der ärmel hoch gekrempelt weil dort eine infusion drin ist dann haben wir hier die knobelstiefel ich würde thematisch oder zeitstrahl mäßig das schon von 1939 bis 42 na ich denke mal so 43 ansiedeln und wenn wir uns mal die figuren angucken die sind sauber gegossen sauber gespritzt eine sehr schöne detaillierung und wie man sehen kann sehr schönes zubehör hier in form von ja erste hilfe sachen naja so eine sachen die da halt mit zu sind das wollen wir uns mal angucken und da diese kleine flasche die jetzt hier ins blickfeld rückt das ist diese infusions flasche da müsste dann noch selbsttätig mit zum beispiel bleidraht kupfer oder was auch immer dann der zugang gelegt werden hier sind die details von den anderen uniformen und wir haben sogar eine kleine strohunterlage für den soldaten von den gesichtszügen ok das ist spritzguss da könnte man sicherlich noch ein bisschen was machen obwohl es ist gut zu erkennen ich drehe das ganze mal um aber leider ziert die trennnaht ein bisschen unglücklich das ganze da muss auf jeden fall ein bisschen nachgearbeitet werden so und hier haben wir auch noch details dass der fuß ist hier verbunden da haben wir anscheinend eine fuß oder eine beinverletzung hier einmal die rückseite und da können natürlich dann die soldaten dementsprechend mit zubehör versorgt werden was man da halt auch aus diesem spritzling der denn verwenden ja dann haben wir alt bewährt ideal standard für halbketten fahrzeuge einmal den glasichtbogen der ist hier so und da brauchen wir im grunde genommen eigentlich nur die lampenfassung und die verfügen immer noch nicht über dieses geriffelte glas ist halt nicht mit dabei hätte ich schon mal abgeändert ist nicht viel aufwand macht aber doch nicht viel mehr und was mir persönlich auch nicht so gefällt aber auch da könnte man aufgrund des ich sag mal wirklich günstigen preises abhilfe schaffen wir haben hier nämlich vinyl kette die macht erstmal einen guten eindruck aber und das ist der punkt die muss schon relativ stramm da dran liegen und das ist ein bisschen schwierig weil wir haben ja diesen übergang und dann hat man immer so ein ja so einen kleinen höcker da drin was mir persönlich nicht so zusagt so müsste das dann sein und ich zeig das mal und dann ist das ja hier geht das treibrad ein bisschen vorne hoch von der detaillierung her braucht die sich überhaupt nicht zu verstecken vielleicht ein ganz bisschen nacharbeiten wir haben ja so ein ganz bisschen ja flash sage ich das mal also ein bisschen auswurf ansonsten ist das okay es gibt alternativen und zwar von der firma af club gar nicht mal so teuer da ist eine einzig lieder kitte dabei da könnte man sich dann behelfen wenn man denn möchte dann ist hier die beiden vinyl reifen sind hier von der profilierung ist das auch okay und es ist nicht dieses ich sag mal ältere material was so klebrig ist sondern das ist schon die neuere generation also ich denke mal nicht dass das ganze auseinander bröseln wird ich persönlich bin da kein großer freund von aber wie gesagt das ist meine persönliche meinung möchte das überhaupt kein malig reden weil mir persönlich fehlen hier auch die hersteller aufdrücke also das sind so diese sachen die heute schon fast standard sind aber da gibt es auch wirklich ganz viele hersteller pimp my miniatures dann gibt es aber auch hier panzer art es gibt ganz viele andere hersteller royal modell na royal modell hat auch keine hersteller aufdrucke aber die sind dann aus residen von der qualität ein bisschen besser oder noch mal anders die man dann wählen könnte wenn man denn möchte das ist ja der schöne am modellbau dass der hersteller halt das modell so liefert dass ihr es halt bauen könnt aber ihr könnt es dementsprechend auch noch immer weiter pimpen so dann kommen wir hier zu dem eigentlichen fahrzeugmodell und das kommt mit einer ordentlichen voll ausstattung daher ich gehe bei den spritzling mal ein bisschen schneller daher ich habe es ja schon diverse mal vorgestellt das modell wir haben hier ein motor solltet ihr den motor nicht gebrauchen auf gar keinen fall wegschmeißen der passt nämlich auch mit einigen klein modifikationen wie ich herausgefunden habe bei dragon oder bei av club herein weil diese beiden hersteller kommen nicht mit einem motor daher verfügen nicht über diese details und bei geöffneter motorraum klappe kann man da nämlich ganz tief rein gucken und ich glaube ja dragon hat das auch dass die option steht dass ihr dementsprechend das auch offen stehen lassen können also dieser bereich hier mit den umlenkrollen entspann rollen und auch diversen motorteilen hier nicht wegschmeißen wie von oder eingangs schon gesagt habe das frisst kein brot das wird auf jeden fall nicht schlecht ja von der detaillierung haben wir hier auf der rückseite auch noch einiges zu bieten da sind einige auswerfer marken aber das braucht uns gar nicht zu interessieren weil da nämlich noch anbauteile hinkommen insofern ist uns das eigentlich ein wenig wurscht so zum wurst kommt der kese und den haben wir hier hier sind die laufrollen den spritzling haben wir zweimal da zeige ich euch natürlich ein noch so und dann kommt hier ein bisschen ausrichtung die obligatorischen karibine 98k die dürfen nicht fehlen dann hier die begrenzer für das laufwerk damit die nicht zu hoch springen so und von der detaillierung der laufrollen die sind richtig gut vor allen dingen laufen die auch konisch da zusammen das ist soweit auch richtig leider halt keine hersteller aufdrücke gut kann man jetzt mit leben mir persönlich ist das wichtig dafür sind haben wir aber wirklich so schöne details dass die sehschlitze dass die wirklich offen sind man kann das hier sehen und das haben ganz viele andere hersteller nicht das ist immer nur so ein angedeuteter schlitz das bin ich immer persönlich doof also es hat hier alles sein pro und kontra und sein für und wieder und vor allen dingen muss sich der hersteller echt nicht von der detaillierung und vor allen dingen von der preisgestaltung hinter anderen herstellern stecken und was man auch nicht vergessen darf das ist der einzige hersteller soweit ich weiß der eine ausführung herausgebracht hat die firma zwester hat vor einigen jahren ein mehr oder minder falsche ausführung b herausgebracht so und so viel gemeckert dass irgendwas falsch ist über den icm bausatz habe ich bis dato noch nicht gehört und wie ich das vorhin schon gesagt habe dass die firma icm immer mal wieder neue kreationen rausbringt das gleiche fahrzeug mit neuen aufbauen oder halt auch mit neuen details mit figuren sets wirklich zu einem sehr attraktiven preis gefüge dann anbietet so was hier zum beispiel die kelle für den verkehr für die verkehrsregelung ich kenne keinen anderen hersteller der sich da die mühe macht und solche kleinen details dann zum beispiel mit hier einfügt so hier sind auch noch weitere anbauteile für drin und auch hier für die auspuffanlage für den motor das finden wir hier alles vor dreh das ganze mal um das ist dann weniger interessant aber ich wollte euch das selbstverständlich auch mal zeigen dann haben wir hier den mit einer den größten spritzlinge und das ist ich sag mal die beiden spritzlinge die bieten schon mal ganz viel einsicht ich hoffe ja ich krieg's gerade so drauf so und hier haben wir nämlich verschiedene aufbauten das ist das für die normale variante also ihr könntet auch ein zwei in eins machen ihr könntet nämlich die normale variante machen oder hier halt die variante mit dem krankentransportwagen die wir hier vorliegen haben die bauteile sind auch doppelt habt ihr ja gesehen dafür sind dann hier wieder andere bauteile mit der kranken liege also es ist ja wechselt sich so ein bisschen ab so dann gucken wir uns das hier mal an wie die bauteile hier aussehen da sind die halterungen für die kanister die sind ein bisschen stark geworden hier sind die türen ganz in der frühen ausführung schön zu sehen genietet da ist ja später einiges weggefallen einfach um die produktion ein bisschen zu vereinfachen um schneller dann mehr zu bauen aber das deutsche reich hat es nie auch nur im ansatz geschafft mit den alliierten gerade mit den amerikanern dann gleichzuziehen sondern selbst durch diverse programme shell programm und naja was da so alles einhergegangen ist hat man da nicht mal den hauch einer chancen irgendwie gehabt es haben wird selbst wenn wir hätten ja auch die arbeiter oder die ressourcen gefehlt also insofern ja auch wenn kein krieg an wenn du ihn nicht gewinnen kannst so hier mal eine kleine anmerkung hier haben wir ein ich gehe mal näher ran da haben wir eine krankentrage die hier zusammengefaltet ist und hier sind die dementsprechend aufgeklappt also auch so eine kleine feinheit sind da drauf geachtet wurden insofern wie die details sind und ob da irgendwelche kettchen zur aufhängung sind oder so das weiß ich nicht da müsste man tatsächlich mal in die dementsprechende literatur gucken panzer tracks ist da ganz vorne mit dabei die haben das eigentlich am besten mit dokumentiert aber auch bücher wie von aus dem hause vdm model hobby von herrn treuzer zum beispiel die haben das auch ganz gut ja festgehalten und hier der spezifische aufbau für die ausführung a sehr schön zu sehen genau also auch von der detaillierung vom spritzguss da braucht man sich echt gar nicht zu verstecken ja was bleibt am ende noch übrig am ende habe ich nur noch hier den nass schiebe bilder bogen auch immer gute qualität gucken wir uns das mal an und vielleicht weiß es der eine oder andere noch nicht icm ist wirklich mit einer der wenigen hersteller wo alles aus einem guss kommt also die her entwicklung die herstellung der druck das spritzen das verpacken also es kommt alles aus einem haus so und ja viele andere hersteller haben das ein bisschen gesplittet haben keine eigenen maschinen ähm das ist vielleicht auch mal noch ganz interessant äh ein detail den man mal erwähnen sollte so dann sind wir auch schon durch wie gesagt nettes combo 41 50 knaller preis wie ich finde ähm dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch für eure aufmerksamkeit ich hoffe es hat euch spaß gemacht dass ich hier ja euch ein bisschen ja durch die sendung führen konnte ähm würde mich freuen wenn ihr gerne ein abo ein like da lässt besucht uns bald wieder wir sehen uns auch wieder beim nächsten video bis dahin macht's gut meine lieben freunde euer christian von mbk bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin Untertitelung des ZDF, 2020